Hallo liebe 10F-Facebook-Fans, wir dürfen euch heute ein Produkt aus unserem Sortiment vorstellen. Und welches das ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, ich stelle euch heute die Dampfdusche Theol vor, neu in unserem Sortiment. Und wer kann das besser als eine Expertin? Das macht heute die Leer. So, dann schauen wir uns diese Dusche mal an. Vielleicht beginnen wir ganz oben. Da sehen wir schon, da leuchtet's. Was haben wir da genau, Lea? Die Dampfdusche Theol ist ausgestattet mit einer im Dach integrierten Kopfbrause mit Farblichttherapie. Sie hat zwei vertikal verstellbare Düsen und einen Thermostatmischer. Auch eine automatische Entkalkungsanlage, sprich nach jedem Mal dampfen kommt das automatische Reinigungsprogramm. Und ein integriertes Bluetooth-System mit Vibrationslautsprechern. Sprich, man kann in der Dusche auch Musik hören. Das heißt, das ist ja wirklich ein für die Entspannung zu Hause gedachtes Gerät. Wenn man sich das jetzt anschaut, wir haben da drei verschiedene Modelle drin. Was für einen Hintergrund hat das? Genau. Wir haben da verschiedene Modelle. Einmal mit dem Dampfbad. Dann einmal nur mit der Regenpause. Und einmal nur die Duschverklasung. Das heißt, es kann sich der Kunde da eigentlich selbst sein für sich ideales Duschgerät zusammenstellen lassen. Und je nachdem was er haben will, hat er wirklich drei Auswahlmöglichkeiten. Genau. Ja, dann danke ich dir für diese Informationen. Und für alle, die mehr über die Dampfdusche Theon erfahren wollen, da gibt es entweder viele Informationen auf unserer Internetseite www.tenne.at oder besucht sie uns in einem unserer Schauräume. Also, macht's es gut!